Ja, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead Space 3 nach... Wie lange haben wir schon nicht mehr gespielt? Ich hab keine Ahnung, zu lange? Einen Monat oder sowas? Keine Ahnung. Egal, jetzt sind wir wieder da. Und dann geht's auch gleich weiter. Wo, wohin? Wohin? Ist so eine andere Frage. Nach da. Scheiße, Tür auf dritten funktioniert nicht. Ja, hätte ich dir auch so sagen können. Haha, ich hab's versucht. Ops, da geht's schon los hier. Ja, das war deiner. Ganz gerne, auch mal. Ich glaub, das ist das Viech, das dich immer wiederbelebt, ne? Also... Achso, du fasst du jetzt da. So, ne? So easy, würd ich sagen. Du bleibst einfach stehen, ne? Ich lass das dort jetzt verfügen, oder so, bis das scheiß Ding kommt. Schönen Nachladen. Ich habe die Frösche gefunden, und sie ist, naja, ein Haufen Schloss. Hier waren wir auch schon mal, oder? Waren wir auch schon mal, ja, würd ich das sagen. Dann müssen wir die Kiste Remotes zurück zur Reparaturbucht der Roanoke lieben. Okay. Wem geht das Ding? ... um ein Remote-Relay zu bauen, das ich dann an der Hülle befestige. Zur Seite. Ja, und wo müssen wir jetzt denn... Wir müssen, äh, solche Teile finden. Schon wieder? Hatten wir das nicht schon mal? Ja, kann sein, dass wir das, dass das nicht gespeichert hat. Das wär mega... ärgerlich. Mega eklig. Ja, eklig auch. Ich weiß noch, wo sie liegen. Du hast doch einen neuen PC, kannst doch anliegen. Ne, ich hab ja letztes Mal mit einem neuen PC gespielt, also. Achso. Ich hättest dich. Scheiße. Achso, die Teile haben wir noch. Das ist nicht doch. Oder? Ne, haben wir nicht. Vergiss das. Oder? Jetzt haben wir... Okay. Nein. Ja, bitte. Ouch. Ich hätte hier im Fall sich jetzt gemessen. Verpisst euch. Achso. Verpisst euch, die Oller. Komm zurück. Ich verpisst dich einfach. Ich hab eine. Okay. Kein so. Kein so. Ah, verdammt. Brauchst du Hilfe? Ne, geht schon. Du bist da. Da kommt jetzt eins hoch. Eins von diesen... Explosionsarschlicher. Ich schon weg. Ich schon weg. Explosionsarschlicher. Explosionsarschlicher. Und da ist noch eins. Ja, sag ich doch. Da ist noch eins gekommen. Ja, das war ja das, was ich meinte, ist noch gut. Ja, gut. Egal. Beide sind los. Aber da ist noch eins. Jetzt nicht mehr. Wir sind toll. Ich komm jetzt hoch und... Okay. Weitestahl. Waffenthal. Wo ist das? Waffenthal. Lauf, lauf. Nein, von hinten. Ganz ruhig bleiben wir rum. Und drittes Teil. Ich muss noch zusammenbauen. Ja, nice. Nein, lass doch nicht. Ich bin tot. Oh, ne. Autsch. Du bist tot. Ja, mich hat's voll explodieren lassen. Verdammt. Von hinten einfach. Ja, jetzt können wir die Teile nochmal suchen, oder was? Ja, ich weiß, wo sie sind. Ja, ich auch. Aber das ist doch scheiße. Ich brauche eine Schrotze, ey. Das gehören hier nichts an. Komm raus. Woher ist das viel gegangen? Und die auch immer so rumschreien müssen. Ja, das ist extrem. Das ist extrem. Ja, das ist extrem. Zoom. In your face. Nein, das ist doch... Oh, 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 lauf. Ich bin bloß weg mit deinem Scheißding. So, das dritte Teil müsste bei dir sein. Ja, ich weiß noch. Nein, probleme da, ne. So, hier. Ach, super, doch. Da ist es. Auf geht's. Wuhu. So, jetzt nicht wieder von den gleichen Viechern mitzünden lassen, ja? Wo war die? Vergiss dich, mit Kuh kannst du dich heilen. Ich weiß, hab ich schon was haben. Gut. Hast du's? Ja, ja. Ehrlich? War da eben angezeigt worden. Ja, okay. Nachstellen. Äh. Was haben wir überhaupt? Ich komm rüber. Magst du einsteigen? Ja, einen Moment. Mal gucken. Ja, ich warte. Ich warte immer noch. Ja, ist doch gut. Jetzt, einen Moment. Ich fahr schon mal ohne ihn. Ja, ist gut. Kommen da nicht nochmal irgendwelche Viecher? Kann sein, ich weiß es nicht. In die Mitte, bitte. Ja, war mir klar. Ups, der sieht ganz gut aus. Nix. Nix. Ja. Hey, das hat funktioniert. Sehr gut. Ich kann die Shuttle anzeigen sehen. Moment, ich versuche, es zu starten. Wo müssen wir jetzt hier? Ich verbissen. Ja. Nicht gut, es hat keinen Treibstoff mehr. Moment. Super. Hier ran, komm ran. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich warte sogar. Komisch. Nicht so wie du, jetzt ein paar Male. Ja, wollte ich gerade sagen. Wie wir uns einfach gegenseitig bebombt haben. So. Du musst hier schon mal das Zeug aufsammeln, ne? Ja. Apropos Zeug aufsammeln. Ja. 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 Oboh. Da kann der Suchbot. Ja. Meiner ist an der Bank. Da war vorhin eine Bank, ne? Wo? Ja, vorhin, da oben. Da, da kommt was. Da kommt was. Fick grad dich. Ja, schießen. Deutsche Waffe. Da, hinter dir. Komm her. Wow. Es ist nicht. Da kommt noch eins. Ja, nice. Ja, nice. Da. So, zerlegt. Weiter geht's. Da ist noch irgendwas. Wie sieht's denn in meinem Inventar aus? Geht nämlich. Hier runter? Ja, ne? echt jetzt erfahrt mich nicht wirklich das wäre gekommen ja und da sind wir hier hoch ich weiß dass man falsch gelaufen nein nein in die ich schon wieder so scheiß das soll ich auch gerade mal so hier das muss ich hier mal halten halten ja habe ich schon ich gehe vor rüber jetzt haben wir das zeug noch mal aufhänge ich hole mir das hier aus den kisten ja ich höre viecher der platz das ding und da kommt noch eins da war noch eins mit der rettür nicht mit uns nicht mit uns so scheiße so läuft es nicht ok und zurück wieder zurück waaat ach so ne ja und drauf treten wuuuh und wieder halten oder ok der tank ist voll versuch's nochmal schon besser ok ich versuche den shuttle antrieb testweise zu zünden geh in deckung es könnte heiß werden ja es könnte heiß werden danke sehr ja komm ja kenne ich von meinem pc her ich habe glaube ich gerade die startsequenz initiiert und weiß nicht wie ich sie wieder stoppe sehr gut was das los verschwinde da bevor du gerüstet wirst sehr gut ja ich kann es ja du bist halt die eddie alter aber es ist ja mal gestimmt jetzt erst mal ja dafür habe ich die ganze scheiße am arsch hier ja das macht doch so ne scheiße äh nö da will ich nicht lang äh nö da will ich nicht lang ja du musst aber da lang oder auch vielleicht nicht ob du so lang musst ja musst du ja ja komm ich jetzt ne da will ich auch nicht lang ja ja scheiße das war ein richtig ich bremst richtig ich meine danke du hast mir noch eine mit danke ich kann mich gar nicht erschießen es gibt hier keinen teamkill außer mit bomben Ich hatte keine Bombe. Naja. Das rennt vorrück's Feuer rein. Wer kann, der kann, man. Jetzt komm ran, man! Schimmel. Ja, wer kann, der kann. Es ist aber nicht gut, das zu können. Hier, da kommen unsere Randfreunde. Hier, äh. Komm. Erstmal's hin. Ja. Mert gemessen. Fats Blut, Alter. So, ja, der ist too much. Das Problem wird ja jetzt der Fette. Ja, bleibt da drin, mein Freund. Da geht's lang. Da geht's lang, sag ich doch. Startprotokoll wird eingeleitet. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Oh. Beginne mit Systemcheck. Du brennst überall. Ja, Standard. Äh, ich bin schon wieder geflabliert worden. Das ist ja... Nein! Oh mein Gott. Oh, jetzt nicht schon wieder von ganz oben, ey. Oh, jetzt nicht schon wieder von ganz oben, ey.